Dann ein Polizeispiel namens The Precinct Pre-Alpha Work in Progress Es hat auch diese Kameraperspektive, ich glaube nicht, dass es in Third Person geht Es ist halt diese Kamera Und jeder weiß es, wir sind unterstaffed, unterpaid und overworked Wörter als das, wir haben Tarkatsen auf unsere Hände Und jeder Lollife-Punk und Dug denkt, sie können sich in den Tarkatsen Heck, ein paar von uns vielleicht sogar deserve diese Tarkatsen Nicht alle von Averno's finest sind, uh, that fine Wir haben unsere fair share von Rot, too Was gut ist ein Oath von Honor, wenn du keine Honor zu betrachten? Also steckt schon mal viel Liebe im Detail, würde ich mal behaupten Und während der Kampf rages auf, die Glückwunnen bekommen eine Flagge und eine Placke Die Unlucky-Wunnen bekommen eine Flagge und ein 21-Gun Salute Warum machen wir es? Die Wahrheit ist, für einige von uns, das ist alles, wir wissen Aber für andere, es ist in unsere Blut Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! gestures Kö Stock 언 und Tipp gl buena impe ape 飛 Und sie bleiben groß. Chandler, Sayers, Sie're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the? Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may. I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell. His stellar record. The respect you had for him. His untimely death. Kowalski. I especially don't have to tell recruit officer Cordell, who's lived with it every day of the last five years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do. Not who we know. So they're more like private. I want you to welcome Officer Cordell. But I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. No, the private Kowalski. Just like you. Just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way. Oh, what's passiert? Oh, okay. Are we clear? Oops. Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Klar, wie Klosbrühe. Watch, Commander. Appreciate it, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss. The Rooks with you. I pulled the last one. What do you think I'm giving you? Because I did something in a past life. Okay. Verlasse das Revier. Time to hit the streets. Da. Genau. Streets. Geh mal ein bisschen cruisen. Will aufzulabern. Wir wollen Kuhfliegen sehen. Genau. Genau. Na, Chicks. Was geht? Anhalten und filzen. Diese Aufgabe ist während deiner Ausbildung nicht verfügbar. Oh, guck mal, das sieht doch wirklich schön aus, ne? Muss ich jetzt mal so erwähnen. Das ist unser Vehikel. Ich bin Polizist, ich kann hier fahren, wie ich will. Die Handbremse testen. Immer noch besser wie bei GTA, die Steuerhund. Warum? Mmh. Da, was Alright. Da, die Neue. tremendous air Canavan. Da, diexs. Da, diexs. Aber waffnete Raubüberfall. Wenn du in ein Notfall reagierst, schalte dein Licht und die Sirene ein. Dadurch werden andere Fahrzeuge auf deine Anwesenheit aufmerksam und sie machen dir den Weg frei. Okay, Junge. Wollt ihr das richtige Problem? Das ist es. Ich kann gerade von oben wechseln. Okay. Und Deckung gehen. Tötliche Gewalt. Vorsicht. Ha ha ha. Schon irgendwie cool gemacht. So, für den Anfang. Ab hinterher. Stehen bleiben. Rufe Verstärkung, wenn du sie brauchst. Ja, mach ich. Verstärkung. Nagelsperre. Ha ha ha. Geht nicht? Hallo? Da geht gar nichts. Gut. Kümmer ich mich selbst drum. Geht nicht. Ja. 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 Janne. ich meinte ein zivilist erspringt zur seite und du einfach noch mal schon das der wo gerufen hatte ich hab mein führerschein wohl lotto gewonnen oder was das war ich laber mich nicht voll beende deine schicht an deinem schreibtisch jetzt hab los das war es schon morgen quartell tidy work yesterday Das ist auch eine kleine Map. Suite. Was können wir hier machen? Autowerkstatt. U-Bahn. Das ist noch nicht freigeschaltet hier anscheinend. Ah, okay. Achso, ein Rp für das Handbuch. Bumpenhandbuch, ja, keine Masse noch ergriffen. Schicht 1, nix, alles in Buddha. Vorfelder. Und jetzt verlassen wir das Revier. Let's see what a verano city is in store for us today. Es gibt 6 Arten von Parkverstößen. Binderung eines Hydranten entgegen der Fahrtrichtung zu nahen einer Kreuzung auf dem Gehweg in einer Parkverbotszone. Parkuhr abgelaufen. So ein Scheißhaken aufmachen. Okay. Let's go. Es gibt 6 verschiedene Parkverstößen. Locking a hydrant. Parking in the opposite direction of traffic. Too close to a crossing. Or on the sidewalk. Oh, and of course. Parking in the parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Da, hydrant. Come on, let's check some parking meters. Gott, alter. Okay. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, zero minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Okay. Mmh, geht noch. Ooooo. Abgelaufen. Ja, also sowas von. Park, abgelaufen. Tja. Profi. Machen Mustang. Oh, darf der hier stehen? Ich weiß nicht, wie es bei der Ami so geregelt ist. Nein, anscheinend nicht. Ich mache es mal auf die Beifahrerseite, dann muss er nämlich nochmal ums Auto rumlaufen, wenn er aussteigt. Kamera? Ah, nein. Kamara. Äh, Bugverbot. Tja, muss doch nicht. Zu nah an der Kreuzung? Gegen der Fahrtrichtung? Ach so, auf dem Gehweg. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Digga, warte auf mich. Ja, I handle it. Jedem Verbrechen, das du bearbeitest, wird eine Stufe erlaubter Gewalt zugewiesen, die nicht überschritten werden darf. Die Stufen sind keine Gewalt, Sicherungsgewalt, nicht tödliche Gewalt oder tödliche Gewalt. Ja, und woher weiß ich das? Jo, Digga. Grün. Ah, keine Gewalt. Geht gut, und lass uns rauskommen. Geht gut, und lass uns rauskommen. Ähm. Identität unbekannt. Und, das was prüfen können wir nicht. Auflösen. Verdächtigen festnehmen, freilassen, Bußgeld verhängen. Oh, das versteht wieder einer. Digga. Dein Schlagstock ist eine nicht tödliche Waffe zur Verteidigung gegen Angreifer. Du kannst angreifen, blockieren, Schlagstock auswählen, nach rechts. Okay. So, Digga. Oh, jetzt habe ich zu viel. Einmal zu viel geschlagen. Control, 1039 in progress. Dispatch to 84. Received. Oh. Oh, der blaue Haare, das ist Rezo. Bestgenommene Verdächtige müssen zum Revier diskutiert und dort am Wachtresen abgefertigt werden. Du kannst sie entweder selbst diskutieren oder eine Geleiteinheit anfordern. Rufe eine Geleiteinheit. Ja, da kommen sie schon. Verdächtige können Widerstand leisten, angezeigt durch eine blaue Anzeige über ihrem Kopf, der durch Sprachbefehle und andere Aktionen verringert werden kann. Wenn die Anzeige leer ist, ist der Verdächtige gefügig und kann gesichert werden. So, mein Kollege ist schon weiter. Da ist er. Wollten wir mal gucken. Okay. Badis, wo hast du was entdeckt? Welchen Vandalen soll ich festnehmen? Was für ein Vandale? Ah, guck mal da. Oh, nee. Komm ich hier nicht durch? Was ist mit dir, Digga? Warum stehst du hier rum? Festnehmen. Ja, machen wir selber. Rein da, Digga. Also, was? Wie geht es? Gut, wie geht es mir? Da bringt man hin. ja ja das ist ja super gemacht ja mal da drüben raus alter so vandalismus richtig vorgelesen nein da bände dann schicht am schreibtisch machen wir schicht beendet und ich glaube ich beende meine schicht aber auch so 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 so